Was ich vorhin gesagt habe, meine ich auch so. Das ganze Immobilien, Schwule und Lesben ist einfach edelhaft. Ich stehe doch außerhalb einer normalen Gesellschaft. Also ich will mit so einer Tunte nichts zu tun haben. Wie bringe ich das jetzt deiner Mutter bei? Ich war am Anfang auch die Schwule so. Und meine Eltern hatten auch ein wahnsinniges Problem damit. Und meine Freunde habe ich leider auch verloren. Na, das hätte ich mir denken können. Das ist eine Schwunte und eine Tunte, ne? Schwule Sau! Bis zum nächsten Mal! Untertitelung des ZDF für funk, 2017